Er stand direkt vor mir. Ich hätte ihn fast anfassen können. Sirius Black ist aus dem Gefängnis von Azkaban entkommen. Versprich mir, dass du nicht nach ihm suchen wirst. Warum sollte ich jemanden suchen, der mich umbringen will? Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Zimmer-Service. Komm ich eben später wieder.